Diesen Forrest Gump Sketch Da hab ich die Rohdateien von gefunden Mann waren wir jung Hallo liebes Publikum Mann waren wir jung Guck mal der Gott von oben scheint auf uns herab Ihr seht endlich neue Folge von Nimm das Gott Kriegt ihr wieder? Wie kommen wir denn da unten an das Ding? Durch rechts über den Käse irgendwie Über den Käse Meinst du? Ich weiß nicht Ja doch Folge mir Komm schon folge mir Mr. Käse Das ist das hell Oder? Komm mir das nur so vor Es ist heller von Sinn Ja guck ich bin jetzt unten beim Käse Was ich angesagt habe Bin ich tot? Ne Komm doch Mach doch einfach die Brücke genau Genau so Oh nein jetzt denke ich hier Über sieben Brücken Oh Irgendwas geschieht hier Ja da oben ist ein Ding Ich kann da nicht hinschießen wenn du Das ist schon klar Dass ich die am Weg stehe Aber wir können die Tür noch kriegen Noch Boah Das war alles kalkuliert Das nicht das nicht das nicht Das war knapp Meine Güte das hätte ich auch Hallo Du hast die Sachen eingesammelt Sehr gut Voll gut Ich hab dir vertraut nicht da hoch Nee Niemals Wir müssen hier links lang Jetzt trifft er mich trotzdem Warte Hattet du bedarf Ja Nur ist er laut Nur ist er nee Nur ist er weg Nur ist er ganz nur Wo ist er nur Wo ist er nur Wo ist er nur Das neue Programm von Dieter Nuhr Wo ist er nur Meine Programmtitel schreiben sich von selbst Nur die Ruhr Du bist wieder gestorben Meine Witze auch Ja Dieter Nuhr Er hat schon mal irgendwie gesagt Er hat schon mal irgendwie gesagt Also haben der Sein letztes Sein letztes Comedy Dingen sollten heißen Nur am Ende Schön Und das finde ich irgendwie lame Man kann mit seinem Namen so viel machen Nur das nicht Ja Also können In der Praxis theoretisch Tüte man In der Praxis theoretisch Es ist dir aufgefallen Ja Vergeistert Die Frage ist Wie kommen wir jetzt da unten hin Da unten muss irgendwo eine Tür sein Da 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 Brandon Stark Das 18 Brandon Stark Brandon Stark Brandon Stark Brandon Stark Autsch Mann echt Ich wusste was sind Ich weiß nicht Ich hab grad Überhaupt nichts gecheckt Diese Kids von heute Da oben Da oben Da oben Da oben Ja jetzt hast du gerade auch ein Geheimnis gefunden Wir haben beide Geheimnisse gefunden Wow. Michael Knight ist unser Mann. Er kommt in der Nacht. Ja. Ah, hier, guck. Hä, wann hab ich denn... Das hab ich doch gar nicht. Ich hab mich im Mund genommen, deswegen. Ich verstehe die ganze Welt nicht mehr. Ich dich auch nicht. Du bist die ganze Welt? Ja. Okay. Hallo Welt. Hi. Hallo Welt. Informatikerwitz. Check in it. Haha, Nemo. Den check in it. Okay, jetzt müssen wir da links weiter. Warte, da unten ist noch geheimlich. Cool. Ich bin ja hier oben. Nee, da oben war kein Weg mehr. Wir müssen jetzt wieder diesen Weg gehen und dann mit diesem ganz großen von diesem hochspringen, die ganz müssen wir wieder nach oben. Aber wir sind da halt nicht komplett nach oben gesprungen. Ich hab das nicht gemacht. Oder doch nicht. Wir sind hier im Kreis. Ah, wo sind wir sonst lang? Äh, zum Ziel. Ja, wo ist denn das Ziel? Äh, na komm, such, na komm, such, 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 los, Käpt'n. Da wollte ich gar nicht rein. Das ist ja jetzt hier, das ist ja ein... Ja, ich zeig's dir. Moment. Ja, komm, ich zeig's dir. Das Ziel. Mit gerade richtigen Hasen, ja? Ja, ich zeig dir. Ich zeig's dir. Ich zeig's dir. Ich zeig's dir. Ich zeig's dir. Das war ein richtig richtiger. Nicht nur so ein Fake richtigen. Aha. Ich hab' dich dabei getötet. Nee, doch nicht. Niemand tötet. Na, es war's. Es klang gerade so. Niemand tötet sich, außer du selbst. Ja, wahrscheinlich schon mal. Ich hab' keine Bälle mehr. EI, die Zeit. Ach. Haha Ei Weil Yoshis Eier legen Oh! Wir haben keinen Bonus Ja das war deine Schuld Das ist sowieso alles Was ich nicht gemacht habe Der Ohr ruft Nein ich habe Vorsicht gerufen Zwei Sekunden bevor ich es nicht abgebrochen habe Vorsicht Vorsicht Beim HNO Arzt Ja was siehst du Na ja eine Muschel Guck rein! Ich hör nichts Ohrringloch Das ist grauer vor Zeit Das ist irgendwie kaum mehr da Deutet das auch eins? Ja alle Jeder Junge hatte mal ein Ohrringloch Ein Ohrloch Aber wir hatten es beide auf der richtigen Seite Ich weiß Ne eigentlich umgedreht Wir haben es auf der Seite wo es eben nicht ist Nee das war jetzt Okay Lucky to Yoshi Was macht der Mann da längst? Das müssen wir jetzt rausfinden Der guckt durch seine Brille würde ich sagen Ja das behauptet man Der guckt eigentlich gar nicht durch Der hat die nur so auf der Nase Da sind keine Gläser drin Das ist ne Bitch Vier Der ist wollig Aber eines ist separiert von den Vieren Das bedeutet das ist ein Zeichen Er sucht die erste Wolle Und in diesem Flussverdruss suchen wir es auch jetzt Ohne Trickern Stecker Ich bin heute Putz ohne Trickern Stecker Na gut Total hardcore Meine Hände haben gerade total geknackt Ja das war irgendwie ein bisschen eklig Ich habe nicht gerechnet Dass du das einfach so machen kannst Oh das ist eine Schnuffel Level Welze brauche ich wieder Wo bist du du Judo Judy 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 Justine Wasser gibt es ja auch Da unten ist Frosch Das war das Ende Das Käpt'n Der Freund hat ihn gefressen Ich war der Agent K Und sage Tschüss Da war er Da war er Weiß ich mal wieso das Achso Du kannst floten Ich dachte der Fisch hat dich gefressen Ja ich bin wieder da Ja komm Er ist wieder da Ja Jean Cina Jean Cina Jean Cina Ist der Französische Da 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 Vorsicht Jean Cina Jean Cina Jean Cina Je suis Jean Cine Je suis Je suis Je suis Ah Oh weiter war nicht zu spät Vorsicht Das wollte ich machen Jean Cina Alouette Jean Cina Alouette Alous Kette Aloufrisst ne Kette Kettenesser Bin ich jetzt ab sofort Kettenesser Wenn ich Kettenraucher Bin ich Kettenesser Hallo ich krieg Ja es hat immer gestunken wenn er so eine Metallkette angezündet hat Oh das waren Zeiten Damals er noch Ketten geraucht hat Jetzt macht er nur noch diese Spontan Diese spontan genau Hier diese 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 Pseudo Zigarillo Also nicht Zigarillos sondern hier Ja Diese Puff puff Ich glaub da oben zwischen ist ein verstecktes Secret Da guck Ja dann wirf es doch ab Ja warte Schaut auf über die Ninjas kommen die Ninjas kommen Ja ich weiß Hast du gesehen ich hab Skill Ja Das kennst du nicht Nee Das kennst du nicht Pass auf Ich weiß Ich weiß Das ist noch einer Ich pflege Schlawiner Ich achte hier aufs Spiel Ich gucke Ich neune aber nicht Das war schon Fast nicht lustig Nee Sicht ist es schon fast nicht lustig Tja dann hast du deins noch nicht gesehen Das ist nämlich gar nicht lustig Das ist der Inbegriff von Das denkt drüber nach Das ist der Inbegriff von Nichtlustigkeit Wenn er aber so ernst ist Der August Hm Der Ernste August Mitten im Mai Jetzt rein hier die Tür Und raus mit dem Blödsinn Mai, leilalei Es ist schon dabei Reinhard Mai Reinhard Mai Was zur Hölle Es ist Es ist nix in Yoshi Mr. Gorbatschow Teardown this war Na endlich Und das ist die Steuerung Vom Kirby Delfin Yeah Also auch mit der Drehung Und allem Nur ein bisschen komischer Irgendwie Ja Es ist halt Kirby und das magische Yoshi Ja Yoshi und das magische What the f Da oben Hol sie Hol sie Ich hab links gedrückt Der ist nur gerade Hochgesprungen Naja jetzt hab ich wenigstens In der Luft gesprungen Ach komm Wir müssen sowieso Da von vorne anfangen So ein Unfu Ja das ist bescheuert Das stimmt Das ist doch absolut Ja das haben wir schon gesehen Da hat sich wieder Und gedacht Wow Grandioses Game Ja ja Grandioses Game Was wir haben keinen Siehste Das ist das Diese 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 Nintendo Die denken das ist cool Auf Nintendo rumzuhacken Nur die ganze Zeit Die ganze Zeit Macht doch sogar keiner Das ist nur Nee nur du Sondern nicht Die ganze Zeit nur Sieht scheiße aus Ey der Wobbel An dem Dingens Ist ja wirklich nur so ein Wobbel Das ist nicht PS4 Grafik Das ist kacke Ich hab nie meine Ahnung Wie PS4 Grafik aussieht Alter ich musste mal Sieht aus wie Ich musste mal Ratchet & Clank Das Spiel zeigen zum Film Das ist awesome Das sieht so super aus Glaub mir Ja das hab ich schon gesehen Echt Und was denkst du davon Das ist awesome Das ist nicht so scheiße wie das Ich hasse mich eigentlich überhaupt nicht Ja das war egal Ich hasse Videospiele Es mag dich vielleicht nicht interessieren Ratchet & Clank Aber es sieht halt einfach gut aus Das kann man nicht bestreiten Die haben alle Am alle Register gepolt Die haben einfach die Animation von dem Film genommen Ich wollte gerade sagen Das sieht aber besser aus als der Film Das kommt noch dazu Hast du den Film gesehen? Ich hab alles gesehen Wenn du den Film gesehen hast Ein drittes Auge Dann hast du mir was? Das ist jetzt der Three-Eyed Raven Crow Kommt eigentlich bei uns in Deutschland in die Kinos Der Three-Eyed Raven Crow? Nee Ratchet? Ja Der ist schon wieder raus aus den Kinos Was? Der wurde nicht so viel geguckt Oder nicht so lange gehalten Deswegen Ja gut Ich wollte ihn eigentlich mit Curry die ganze Zeit gucken Aber irgendwie haben wir es immer geschafft Nicht zu schaffen Zu dem Film zu gehen Entweder zeitlich nicht geschafft Oder das Kino wurde gewartet Okay Und das ist halt Ja das ist halt wirklich oft passiert Dass wir dann entweder keine Zeit hatten Oder irgendwas Ach da hätte sich einer runter wegducken müssen Um die Blume zu bekommen Na gut wir haben eh schon eine Blume nicht bekommen Weil du einfach weitergelaufen bist Weil ich einfach weitergelaufen bin Ja dass ich gerade eben Aber uns die Wolle geholt habe Ist okay Äh ja Also das Ding Ja klar Dass du das Ding geholt hast Also die Wolle hab ich ja Oh Gott wildwasser waren Das ist unfassbar Oh weißt du Ich hab die nächste geile Stelle Guck wie sie das Wasser machen Das ist die nächste geile Stelle Ja Endlich kannst du es mal einsehen Ja wenn sie was gutes machen Machen sie Ja Sonst sieht es halt aus Ist mir nur egal Ob es jetzt auch Oh Gott Es hat auch Gamecube Weißt du Das ist nicht Gamecube Grafik Ich meine es hätte auch sein können Auf dem Gamecube Äh Aber nicht wegen der Grafik jetzt Nein Einfach nur im Sinne von Ja ja als Nachfolger für Yoshi Story Was auf dem N64 gewesen ist Es ist halt nichts überspektakuläres Du bist es ja auch nicht Bin ich Du bist in dem Eil Da oben irgendwo Na gut Deswegen bin ich auch oben an die Blume Hätte ich nicht rankommen können ohne dich Los Hast du dich verkalkuliert Ja absolut Was war da nur los mit mir Achso Weil wir im Floß gefahren sind Achso Warum muss ich die letzte Wolle nicht sagen Wo ist die letzte Wolle? Die konnte ich nicht holen weil du tot warst Oh Das klang böse Ja Aufwachen 222 Die letzte ist beim Wasserfall am Ziel Jetzt wissen wir es Danke Wo bist du? Wo bist du? Mein Sonnenlicht Ich suche mich und verliebst dich Nochmal Das war Gruppteckern Gruppteckern Ach das Das war eine Gruppe Du meinst jetzt wahrscheinlich Schatz Ich kann nicht mehr schlafen Ja Das ist Mörder mördern Mördern 2010 Hier Für dich Würde ich alles geben Meine Süße Ich liebe alles von dich Von deinem Kopf bis zu deine Füße Meine Füße sind doch was Schönes Na Gott Füße sind eh klar Ja Wir sollten am besten hier stoppen Für diese Folge Ja Denn das trifft jetzt schon wieder In so Dinger Gefilde ab Nach unten Wo ich nicht hin will Was halten sie von diesem Game? Das ist so random Ich find's super Ich will's ausdrucken Und an die Wand hängen Das war's in dieser Folge Von Let's Play Yoshi und das magische Kirby Dankeschön fürs Zusehen Und tschüss Bis dann Bis dann Was halten sie von diesem Game? Ehrlich Das ist super